Mein Name ist Martin Ebner, ich arbeite an der Technischen Universität Graz, bin dort Abteilungsleiter für die Abteilung Vernetztes Lernen, heißt also mit E-Learning den ganzen Tag zu tun und bin also zuständig, dass neue Technologien in der Lehre eingesetzt und auch umgesetzt werden. Gleichzeitig bin ich habilitiert am Sektor der Medieninformatik und dort dem Institut für Informationssysteme und Computermedien an der Technischen Universität Graz zugewiesen, halte dort Lehrveranstaltungen wie also diese hier zu gesellschaftlichen Aspekten oder eben auch zu E-Learning und darf also auch in diesem Bereich forschen. Und meine Schwerpunkte sind E-Learning, Mobile Learning, Social Media for Learning bis hin zu Open Educational Resources, Learning Analytics. Also habe also auch alle hier diese Themenbereiche und beschäftige mich sehr stark, also wie Medien, also eigentlich digitale Medien natürlich, im Lehr- und Lernbereich eingesetzt werden, vorwiegend im Schulbereich und im Hochschulbereich. Ja, die provokative Aussage, ich habe also sehr lange darüber nachgedacht und lautet jetzt, das Bildungssystem, also das wir derzeit haben, wird sich totlaufen in den nächsten Jahren. Ja, also um meine These ja so zu untermauern, möchte ich fünf Punkte aufgreifen. Fünf Punkte, die, glaube ich, durchaus spannend sind und die vielleicht darstellen sollen, warum also Medien oder wie Medien unser Bildungssystem zukünftig beeinflussen. Das Erste ist, also ist einmal Lernen ohne Medien wird gar nicht mehr möglich sein. Also das ist mal so, man hat vor vielen Jahren, als ich begonnen habe, hat man von E-Learning gesprochen, hat große Initiativen gehabt, Ministeriumsgeldern, Projekte und so weiter, um also E-Learning in den Schwung zu bringen. Hat neue Medien in der Lehre verankert. Es gibt heute noch Vereine, die also dann so heißen, beziehungsweise man redet noch von E-Learning. Ich selbst also denke eigentlich, dass für die Generation, die zu uns kommt, E-Learning kein wirklicher Begriff mehr ist. Und zwar deswegen, wenn ich mir anschaue, die neuesten Statistiken, wir haben 80 Prozent kommunizieren über Facebook täglich, über WhatsApp, über 90 Prozent haben ein Smartphone eingesteckt, 70 Prozent besitzen einen Laptop, 80 Prozent einen PC. Dann muss ich mich eigentlich fragen, wenn ich vor denen stehe und über E-Learning rede, dann werden sich die denken, der redet über unseren Alltag und dass wir eigentlich unseren Computer verwenden. Und ich glaube, es ist einfach selbstverständlich geworden, dass man für Hausübungen oder auch für gewisse Dinge, Recherchen und so weiter, das Internet, das Smartphone oder Sonstiges heranzieht. Und genauso wie ich also mit meinen Freunden irgendwie kommuniziere per E-Mail, mache ich das vielleicht auch mit meinen Lehrenden. Das war 2000, 2005, als wir gestartet sind, überhaupt nicht selbstverständlich. Das heißt, das war wirklich neu damals. Und man hat wirklich Dinge gesagt, um Gottes Willen, ein Skriptum als PDF, also nur digital. Das kann man doch gar nicht machen, also diese Umstellung habe ich noch hinter mir. Und also heute ist es der umgekehrte Weg, wenn ich also kein PDF habe, dann schauen mich die Studierenden an und sagen, wo bin ich jetzt da gelandet. Das heißt also, Lernen und Lehren mit Medien, und zwar mit digitalen Medien, ist heute eine Selbstverständlichkeit. Und ich weiß nicht, ob wir Begriffe wie E-Learning oder Sonstiges noch wirklich betonen müssen, sondern eigentlich gehe ich davon aus, dass man den Alltag immer mehr in das eigentliche Schul- und Bildungssystem bringt. Der zweite Punkt ist, Lernen soll motivierend sein und braucht kreative Lehrende. Was verstehe ich darunter? Also, wenn ich heute also ins Internet gehe und mir Möglichkeiten anschaue, wie Personen zum Beispiel Lehrinhalte vermitteln können, dann passiert auch zum Beispiel Folgendes, dass man sieht, man dann jemanden, der setzt seine Kapuze auf, ist ein Professor und fängt zum Rappen an und erklärt die Vokabeln so. Und das ist etwas, na klar, selbstverständlich muss er das mit Technologien machen. Aber das ist etwas, das vor 10, 15 Jahren zum Teilweise undenkbar war, weil niemand die Möglichkeit gehabt hat, privat ein Video zu erzeugen. Wenn er das Video erzeugen hätte können, dann schon gar nicht irgendwo veröffentlichen können hätte er können. Und wenn er das auch noch gekonnt hätte, dass alle anderen darauf zugreifen. Und das hat uns also diese Technologie gebracht und die bringt uns einfach neue Möglichkeiten in die Lehre. Das heißt, wir können heute Dokumente miteinander schreiben, gleichzeitig ein Ding, das mit dem Papier eigentlich undenkbar war. Und daher gibt es neue didaktische Möglichkeiten. Und wenn wir neue didaktische Möglichkeiten haben, vielleicht auch mit einer höheren Motivation, was sich also gut auf die Lehre auswirkt. Aber was man sieht ist, also es geht nicht darum, dass diese Medien beginnen, irgendetwas zu ersetzen, sondern es geht vielmehr darum, dass diese Medien uns helfen, Dinge motivierender zu machen, anders zu machen und vielleicht den Lehrstoff auf eine viel kreativere Weise vermitteln helfen, die auch viel mehr Personen anspricht, weil es adäquater für die Zielgruppe vielleicht ist oder weil es mehr dem Lerntyp entspricht. Dritter Punkt. Lernen braucht Zugänglichkeit und Offenheit. Das ist ganz ein spannendes Feld. Und zwar geht es hier um das Feld der sogenannten freien Bildungsressourcen. Freie Bildungsressourcen sind also Ressourcen, die frei zugänglich sind. Das heißt, ich kann die vom Internet runterladen und ich kann sie verwenden für meine eigene Lehre. Und das ist alles rechtlich unbedenklich. Das heißt, ich habe also keine Hürden, zu dem Material zu kommen und ich kann also ohne darüber nachzudenken, das ganz einfach rechtlich einsetzen. Warum das so wichtig ist, ist, dass wir zum Beispiel in Mitteleuropa ein wahnsinnig starkes Urheberrechtsgesetz haben und dass also Materialien, die per se im Internet liegen, grundsätzlich dem Urheberrechtsschutz unterliegen. Und ich kann also als Studierender genauso wie als Lehrender nicht hergehen und mir das einfach runterladen und dann einfach in meiner Lehre einsetzen. Das ist per se nicht erlaubt, es sei denn, das Material ist richtig lizenziert. Und da arbeiten wir sehr stark in diesem Themenfeld mit der Idee zu sagen, Bildungsmaterialien, die vom Staat bezahlt werden in der Erstellung, sollten natürlich auch möglichst allen frei zugänglich sein und auch zugänglich gemacht werden. Weil nur dann kann man hergehen und das miteinander auseinanderschneiden, Gruppenarbeiten machen und wieder vielleicht neue inspirierende Werke schaffen. Und das ist ein sehr schwieriges Themenfeld, weil bisher waren wir gewohnt, aus Büchern zu lernen und Bücher waren sehr starr und haben also nicht erlaubt, mit Content anders umzugehen. Jetzt sind wir im Bereich der Tablets angekommen. Wir können in Minuten Plakate gestalten, Dinge übernehmen, Bilder darstellen. Nun müsste es auch rechtlich möglich sein. Und das führt also zu diesem dritten Punkt, dass wir sehr stark in unserem Bildungssystem diese sogenannten freien Bildungsressourcen brauchen werden. Der vierte Punkt ist, Lernen wird individueller werden. Das ist auch sehr spannend, weil was heißt das eigentlich? Also wenn wir davon ausgehen, dass Lernmaterialien oder Lerninhalte immer mehr im Internet zur Verfügung gestellt werden von unterschiedlichen Personen, dann könnte man ja eigentlich auf die Idee kommen und zu sagen, naja, jeder Lerner bekommt dann seinen persönlichen Inhalt, der für ihn am besten passt. In der Weise erklärt, wie er es am besten versteht, in der Weise, wie er es am besten übermittelt haben würde, sei es per Video, interaktiver Übung oder auch nur Buch. Und genau auf seine Bedürfnisse abgestimmt, zu seinem Vorwissen. Und das Ganze passt also perfekt in seine eigenen Vorstellungen hinein und in sein eigenes Können und erhöht damit die Kompetenzen. Ja, das ist also etwas, das ist gar nicht so weit weg. Das heißt eigentlich nur, wir brauchen intelligente Dinge, die uns das entsprechend empfehlen, die also quasi auch sagen, okay, dort musst du noch etwas nachlernen, da musst du was nachlernen. Und ich kann also wirklich beginnen, Kompetenzen viel gezielter zu fördern. Und es ist also nicht mehr das klassische Industrielernen, das heißt also, wir machen alle das durch und wenn alle die 500 Übungen gemacht haben, dann können wir das abhaken und der eine hat den Vierer und der andere den Einser. Man hat also nie nachgedacht, ob es Leute, Personen gibt, die sich mit dem per se schwer tun und dass sie eigentlich nur ein Problem hier haben und nicht im Gesamtbild genügend sind. Das heißt also, Lernen als viel mehr individuellen Prozess zu sehen und das ist natürlich jetzt auch in einem Bildungssystem von heute relativ schwierig, wenn wir alle standardisierte Aufgaben machen müssen. Also der fünfte Punkt, was das Bildungssystem von heute schon sehr herausfordern wird, ist, dass wir davon ausgehen, dass Lernen in Zukunft immer, überall und zu jeder Zeit stattfinden soll und auch wird. Warum? Wir haben einen lückenlosen Zugang irgendwann zu den Inhalten. Denken wir an diese freien Bildungsmaterialien, aber auch dann im Beruf, wenn wir so draußen quasi arbeiten und also irgendetwas aneignen müssen, dann haben wir die Möglichkeit also zu dem Wissen zu kommen. Wir müssen nur wissen natürlich, wie das geht und was wir damit anfangen. Das heißt also, es muss natürlich optimal wieder passen. Und wir haben auch eine lückenlose Kommunikation. Eine Errungenschaft, die wir heute noch gar nicht so in unser Bewusstsein gerückt haben, aber wenn man zum Beispiel dran denkt, also noch zu Zeiten im Mittelalter, wo sich also verschiedenste Personen Briefe zugeschickt haben und durch den Briefverkehr die Rückmeldung des anderen erhalten haben und das hat dann also über Monate gedauert, dann ist es heute ja so, man schickt eine E-Mail und hat also die Antwort schon vor dem Verschicken erwartet man eigentlich schon. Und damit ist also hier das sehr stark optimiert und Kommunikation eines der wesentlichen Punkte und auf das muss ich auch einen Lerner der Zukunft also ganz stark vorbereiten, wenn also das alles immer schneller wird und die Zusammenarbeit globaler wird, wir also heute nicht mehr abhängig sind nur noch von Personen, die uns umgeben, sondern wir also eigentlich Zusammenarbeit weit, also über die Landesgrenzen hinweg in fast Echtzeit durchführen können. Und das erfordert natürlich auch eine sehr starke Selbststeuerung des Lernprozesses und also auch eine hohe Kreativität, also wie wir mit all diesen Dingen umgehen können. So, das Ganze, also man, es hört sich toll an, also wir, die Technologien, also werden uns in vielen Punkten immer weiterhelfen. Das einzige Problem, das überbleibt, das Lernen an sich, also ein kognitiver Prozess unseres Gehirns ist. Das heißt, es ist mühsam, bedeutet Aufwand und wir verbrauchen viel Energie und das Ganze ist eine hohe geistige Leistung. Und das ist mit großer Anstrengung verbunden. Das heißt, der eigentliche Lernprozess, der wird auch in absehbarer Zeit, also von der Technologie nicht übernommen werden können. Der Computer wird uns, die Maschinen nehmen uns, wenn immer leistungsfähiger werden, uns viele Dinge abnehmen können. Und das heißt, wir müssen uns eigentlich jetzt das zunutze machen und lernen damit, also umzugehen, wenn also immer mehr Dinge, die automatisierbar sind, ausgelagert werden. Was heißt das eigentlich? Man bringt manchmal gern, also das Thema des Taschenrechners zu sagen, also als der Taschenrechner eingeführt hat, hat die Mathematiker geglaubt, sie weiß jetzt nicht mehr, wie sie prüfen soll, weil das kann man ja alles mit dem Taschenrechner lösen. Ja, also heute stellt sich keiner mehr die Frage. Also wir haben halt viel komplexere Aufgaben bekommen und auch wieder andere. Und wenn also jetzt man hergeht und so weiterdenkt, dann heißt das zum Beispiel, also es gibt also eine wunderschöne App zum Beispiel, wo man eingeben kann, einfach per Finger die Rechnung. Ich sage jetzt einmal 2x minus 4 ist 15. Und der Computer, also das Smartphone eigentlich in dem Fall, gibt man also den richtigen Wert für x heraus. Und wenn man sich das näher anschaut, dann kann man eigentlich sagen, also es sind große Teile des Mathematikstoffes, der Unter- und Oberstufe im österreichischen Bildungssystem abgedeckt. Und warum übt man das Ganze eigentlich noch? Ja, man muss üben, damit man weiß, man macht die richtige Eingabe. Man muss üben, um das Gefühl zu entwickeln, also das kann ungefähr das richtige Ergebnis sein. Und natürlich auch mit der Idee hinzugehen, was kann ich jetzt damit machen. Also es geht um die Eingabe. Um die intelligente Eingabe zu verstehen, wie formuliere ich diese Gleichung, das mathematische Problem, um es nachher auch lösen zu können. Und wenn wir auf der einen Seite sehr stark, also bisher einfach nur geübt haben, die Gleichungslösung, das jetzt aber wegfällt, weil wir sagen, das haben wir eigentlich verstanden nach wenigen Übungsschritten, dann kann ich mehr Energie investieren eigentlich in die intelligente Entwicklung, also dieser Eingangsdinge. Und das erfordert wieder ein anderes Qualitätsniveau und auch ein anderes Bildungssystem. Weil dann sind andere Anforderungen an den Unterricht gestellt. Und das gilt es also zu überlegen. Ja, ich habe noch ein anderes Beispiel, wo man auch absehbar das Bildungssystem, also eine starke Änderung durchlaufen wird. Und zwar gibt es also seit wenigen Tagen die Meldung, dass finnischen Schulen oder Volksschulen freigestellt wird, ob sie die Handschrift noch unterrichten oder nicht. Oder ob sie überhaupt mit Maschinenschreiben einsteigen. Und wenn man sich das überlegt, ist die erste Reaktion eines heute lebenden Menschen unmöglich. Das kann man nicht ohne Handschrift, wie soll man das jemals überleben. Ist das überhaupt möglich? Dann muss man zurückdenken, naja, das war so auch schon sehr früh, hat man nicht sehr viel Handschrift trainiert. Viele Leute haben früher gar nicht schreiben gekonnt. Also das ist ja auch erst eine Errungenschaft der letzten ein, zwei hundert Jahre. Und die Frage ist, wenn Personen überhaupt nur mehr sozialisiert sind, mit einem digitalen Gerät zu schreiben, werden sie Dinge anders lösen. Vielleicht effizienter als wir, besser als wir und so weiter und so fort. Das ist eine Riesendebatte, die das Bildungssystem natürlich massiv trifft. Das ist eines der, oder vielleicht das, Prunkstück der ersten Jahre in der Schule. Und wenn das jetzt plötzlich stark minimiert wird, erfordert das also andere Herangehensweisen. Ja, also wenn man diese Gedanken jetzt alles nimmt und zusammenfasst, dann muss man sich fragen, wie soll ein Bildungssystem darauf reagieren? Also das ist in unglaublichen Anforderungen an so ein System gestellt. Es scheint aus meiner Sicht nur mal klar, also das, was wir heute leisten, also aufgefädelt irgendwie hinter einem Puls zu sitzen und also das nachzubeten, was also vorne gesagt wird, ist vorbei. Und man muss also diese Schiene sehr schnell und sehr stark verlassen. Wesentlich ist vielleicht auch noch dieses Gedankenspiel zu sagen, also ein Schulkind, das also jetzt im Wintersemester 2014 in die Volksschule beginnt, würde, also wenn man das durchrechnet und es in Mindestzeit in allen Dingen unterwegs ist, 2031 also die Hochschule verlassen. Also wir reden davon, dass wir Personen heute beginnen auszubilden, die 2031 unser Bildungssystem verlassen und dann also quasi in die Privatwirtschaft oder wohin auch immer wechseln. Und dann müssen wir uns eine nüchterne Frage stellen, bereitet unser Bildungssystem, wie wir es derzeit haben, jemanden auf das Jahr 2031 vor? Wird er dann wirklich in den Markt einsteigen können und hat er diejenigen Kompetenzen, die wir brauchen? Wenn man das durchdenkt, dann kommt es sehr schnell in den Kopf, wir müssen irgendwas ganz stark im Bereich der Medienbildung tun. Wir müssen Kindern oder Jugendlichen bis hin zu Erwachsenen erklären, was Medien mit uns machen, wie sie eingesetzt werden können und wie sie also damit auch gewinnbringend arbeiten können. Und das ist eines der stärksten Forderungen, zu sagen, Medienbildung am besten in der Stunde Null dazunehmen. Ich würde also heute meinen, dass es auch die Fächer Deutsch, Mathematik und Sonstiges nicht unbedingt wichtiger sind als die Medien an sich, die Informatik, die uns also immer mehr durchdringt und wir also sehr schnell in diese Richtung etwas tun sollten und Medienbildung viel mehr Gewicht in Zukunft geben sollten, als wir es heute tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.